Queen Senovia. Nö. Ich hoffe nicht. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. No. Dann kann ich die Sache endlich mal weitergehen. War das das Schloss? Ich melde mich, wenn ich Chris Spur finde. Du hast Zeug. Was ist das? Du hast Zeug. Was ist das? Du hast Zeug. Das Ding hat viele Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand. Hm, noch irgendwas? Du hast immer fleißig scannen. Es gibt hier Bonis und vor allem auch Bonnüsse. Pistole-Munition liegt hier im Kochtopf. Der Tod hat Pistole-Munition dabei. Hier in den Pfannen liegt Pistole-Munition. Und, ähm, dazwischen Rippchen Pistole-Munition. Da leuchtet doch noch was. Achso, ich habe genug davon. Gehen wir also. Kommen wir da raus. Ja. Aber ich möchte erstmal zurückgehen, gucken, ob die Tür auf ist oder zu ist. Oder wie man es dort auflauert. Hallo. Dann ist es. Und dort ist was am liebsten. Und dort hinten ist der Handabdruck. Auch ihn wollen wir scannen. Ist so ein Sammelaktionskram. Zeug ist geduldet. Ausnahmlich weiter. Handabdruck gefunden. Nein. Ich habe ihn ausgelöscht damit. Was gibt es hier? Noch mehr Pistole-Munition. Aber wir haben das Zeug markiert. Das ist schon mal gut. Warum gehe ich jetzt zurück, ist die große Frage. Das ist natürlich ganz einfach. Ich suche nach Sammel-Objekten. Es gibt sie in jedem Spiel von Resident Evil. Lauf, Jill, lauf. Die Zuschauer werden nervös. Die zücken die Messer, die fuken und fackeln. So ein Armor. Okay, ganz rausgehen tun wir aber nicht. Wir laufen jetzt zurück und gucken durch eine Tür. Hier ist Mui. Das ist wichtig. Das Spiel überschenkt eigentlich gerade damit. Man muss hier wirklich aufpassen, was man schießt und ob man schießt. Und ich weiß, es ist sinnvoller, einfach abzuhauen. Okay, Barry. Der Parker heißt. Wir gehen weiter. Und gucken hier. Diese Treppe hinunter. Die Wiege sind sich am kreuzen. Mir ging es mir da lang. Hallo? Verflucht. Das ist eine Stahl-Tür. Ich kenne es nicht einfach so auf. Diese schon. Das übliche Treppenhäusern. Die Treppe nach unten ist immer eingestürzt. Ein Objekt. Ja. Hab ich gesehen, es war Moos. Also eine Flechte oder so. Ach ja, nebenbei. Nebenbei. Wo ist denn eigentlich mein... Inventar. Genau, wo ist mein Inventar? Zwei Muni, drei Schlüssel. Wir haben hier noch so ein cooles 3D. So eine schöne 3D-Karte. Ganz witzig. Die Level sind recht übersichtlich, weil... Wie gesagt, 3DS. Ein wirklich tolles System. Allerdings... Nun, ja. Leicht eingeschränkt. Eine Waffenkiste. War die Waffenkiste jetzt auf unserer Ebene? Green-Zeug. Einpacken einmal. Was rumpelt denn hier so? Hm. Ein Objekt. Hm. Noch mehr Munition. Hallo? Ja, das ist ein Laustügesplätzchen. Hier möchte ich mich zur Ruhe bitten. Ach so, das ist nur das Ding dahinter. Hm, Schlabaroni. Okay, ich höre dich von... Wo kommst du? Oder musst du auch nur ein sehr dringendes Geschäft erlegen? Wahrscheinlich. Hat nur kein Klopfer der Armst. Das kann ja auch den Besten treffen. Gut. Uh, stoppete. Aufs Körbchen. Ich weiß nicht, ob es da Bonus-Scheinen gibt oder sowas. Bonus-Scheinen. Alter, Schleimbolze. Es gibt keine Punkte mehr. Aber wie gesagt, lebend bringen sie sowieso mehr. Nachladen, bitte. Leere Plastikkisten. Was haben wir hier? Irgendwann zurück. Hä? Ist nicht in diesem Raum. Okay, was ist das hier? Erkommunizieren. Der ist okay. Da schauen wir rein. Hm. Einfach nur zum Lüften raushängen. Und schon haben wir ein neues, frisches T-Shirt. Hallo? Okay, wir sind dahinter. Ein bisschen Monition haben wir rausgenommen. Aber wir sind damals auch ein bisschen da gelassen. Okay. Halten wir mal Augen und Scanner auf. Von draußen weht es kalt rein. Tür ist verschlossen. Auf ihr ist ein Anker abgebildet. Yay. Die Rätsel sind da. Rasset ihm zurückgekehrt. Da wurde uns in der ersten Folge so viel erzählt von... Ey. Cool. Neue Waffen und so. Wo sind denn die? Habe ich die schon hier? 2, 3, 4... Gibt es 5, nein? Keine 5. Waffenswechsel. Oh, schau mal. Ich habe hier 50 Millionen Waffen. Und wir sehen nicht welche. Ja, so kann man das gut sehen. So hält sie die einigermaßen. Die Grüne. Ich habe hier eine Brüder, glaube ich. Das Ding sehe ich nicht richtig. Na, ich nehme mal die. Ich werde schon herausfinden, wenn wir mal die benutzen. Da gibt es was. Da warte ich rein. Aber es ist zu. Natürlich. Schraube ich im Briefkasten. Nicht? Gut. Hallo. Ach so, guck mal. Ja. Ja. Ich schätze, wir kommen da möglicherweise, vermeintlicherweise zu spät. Scheiße. Tja, Mädchen, Entschuldigung. Das ist keine richtige Tür, da kann ich lang. Hab euch. Oh ja, und wie ich euch höre. Komm. Was hat's ja gebracht? Ah, sieht vielleicht ekelhaft aus, wie ihr rumstarkst. Dude. Kümmerlich gefälligst du mich? Ich weiß genau, ich hab das mal zum Explodieren gebracht. Da hinten wäre wahrscheinlich auch munitionssparsamer gewesen. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Ja, offensichtlich war ihr Anzug zu eng. So muss die da ein bisschen weiter. Der öhes Schlüssel. Parker, ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Probieren wir ihn doch einfach aus. Was haben wir hier noch? Munition, hier war ein Handabdruck. Wo ist er? Da. Mir ist nicht ganz klar, was ich bringen soll. Ja, ihr geht zwar irgendwie scheiße, kann das sein. Hier noch irgendwas. Da. Ich wollte eigentlich gerade gehen. Aber es nehme ich überhaupt gerne, das muss ich nicht. Okay, ich sage mal, hier ist nichts mehr. Wir gehen zurück. Wir haben jetzt nochmal die Knarre. Wir nehmen jetzt mal, die sieht ein bisschen klein aus. Und die. Ja, vielleicht ist die gut. Wow. Schlabberkopf. Ja, der steht nicht. Die sieht aus wie aufgeweichte Worte. Wo passiert das meist? Warte. Hm. Okay, vermeintlicher Parker, wir kommen zu dir. Chris. Ich meine, vermeintlicher Chris. Hey, wir können die Tür aufmachen. Das ist ja fein. Ähm. Das haben wir gesehen, das hat er geblinkt. Ah, das sind ja ganz abendselige Texturen. Aber ich habe jetzt auch eine Granate. Wie war das Abfall nochmal mit G für Granate? Von euch haben wir genug. Danke. Hier, er danzt einen ab. Nimm die Sache doch bitte mal ernst, Gegner. Das ist ja ein seriöses Spiel. Okay. Dort ist ein Ding. Auch dort. Super. Super. Good stuff. Das Muni. Und ich sage für nur groß, hey, hier gibt es wenig Muni. Die Waffe war gerade ganz gut, ja. Ich denke mal, die behalte ich erstmal. Ich laufe jetzt mal zurück. In der Hoffnung, dass ich eventuell die Tür zu Chris aus mir kann. Woa. 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 Woa, woa, woa. Ah, ja. Ist was in hier? Und zerschlapperte. Guck ich immer nochmal 15% von. Das ist doch schon. Oder war es ein neuer, ich hab's übersehen. Sieh alle gleich aus hier. Das kennen wir dich also. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ahm, 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 ahm. Verstehe, so war das. Ich kann sie, nachdem ich sie zu 100% gescannt habe, nochmals scannen. Ich kann immer wieder Heilcrawler bekommen. So in die Art muss das gewesen sein. Wow. Ähm. Ist aber echt große Zung. Wie, der, nicht. Na, die Munition geht aber führer. Alle Waffen, eindeutig. Ist doch schön, jetzt so viele Waffen durch den DLC-Kram zu haben. Allerdings glaube ich, dass das auch so ein Problem geben kann, wenn ich mal schnell eine andere Waffe aufrufen möchte. Oh nein, ich bin auch mal nicht zu Chris gelaufen. Nein, Chris. Türchen öffnen. Türchen öffnen. Türchen öffnen. Türchen öffnen. Munition, schnell. Munition. Okay, jetzt muss ich mal reichen. Dann fehlt noch eine Munition. Ah, Blutwürsche. Eine Dialyse sozusagen. So, jetzt aber. Lass uns zu Chris laufen. Dann erst erwarten so sehr. Na, es riecht hier aber mal gut, dass ihr gerade keinen Geruchsfernseher habt. Monitor, Bildschirm, der fähig ist, YouTube hier zu geben. Okay, wir sind bald da. Ich muss nur diese Trappe hinunterlaufen. Hier bin ich. Super. Super. Chris. Chris. Hui. Was ist das? Es war schon mal ein Roller-Tyb. Oh, super. Mist. Das ist eine Veränderung. Genau. Allah. Haladings. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren. Miss Valentine. Dum dum dum. Episode 1. In die Tiefe. Ende. Weiter. Bewertung. Super. Ich denke mal, das habe ich damit gemeint. Ich weiß es nicht so. Speichern bitte. Dankeschön. Na, ist doch schön. Okay. Weiter.